Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier auf der Königsberg Map. Ich habe den Flughafen jetzt mal noch ein bisschen angepasst. Es ist ja ein kleiner Flugplatz, wo jetzt nicht unbedingt eine Boeing 747 landen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen. Es wurde sich unter anderem ein kleiner Parkplatz hier vor dem Gelände gewünscht. Da habe ich jetzt einfach mal zwei Fahrzeuge der Polizei hingestellt und hier noch ein bisschen verschönert. Mit ein bisschen mehr Deko in Form von Büschen, Gras und Bäumchen. Cool. So, ansonsten ihr kennt ja den Flughafen, aber im heutigen Video geht es mal um was komplett anderes. Und zwar um einen Hubschrauber. Der wurde jetzt bei den Community-Mods eingesendet. Und der Urheber soll NOS und Team sein. Erstmal vielen lieben Dank für diesen coolen Hubschrauber. Und diesen Hubschrauber habe ich euch einfach jetzt mal verlinkt auf Feuerwehrmods.de. Es gibt ja insgesamt zwei Hubschrauber vom ADAC jetzt auch. Das ist jetzt dieser neue Hubschrauber von NOS und Team. Und das ist ja der Hubschrauber, den wir von FWKB mal hier gemacht haben für LS17. Den haben wir ja dann angepasst und den gibt es ja auch für LS19 hier. Genau, aber wie gesagt, den kennt ihr ja bereits aus manchen Videos. Heute geht es mal um dieses schöne Schmuckstück, was ehrlich gesagt wirklich schick ist. Weil es ist unter anderem, ich glaube das müsste von, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ist das von Boeing ein Hubschrauber? Kann gut sein. Ihr kennt euch bestimmt besser aus damit als ich. Aber auf jeden Fall ist es wieder Christoph Westfalen, ADAC Luftrettung, GmbH, so sieht das Ganze aus. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen grün. Das täuscht so ein bisschen, aber so dieser Gelbton gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Deswegen, wer weiß, vielleicht gibt es da ja nochmal ein Update irgendwann. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, was hier auch sehr positiv anzumerken ist. Warte, wir machen mal kurz Holz raus. Also erstmal kurz zum Negativen. Hat hier einen Lua-Fehler. Ist ja ganz cool, wenn man den eventuell entfernen würde. So, wir können hier die Türen öffnen. Können hier sehr viel machen. Können auch diese Tür öffnen. Die Seitentür, wir können hier hoffentlich auch reingehen. Oder auch nicht. Dann können wir hoffentlich, genau hier können wir das öffnen. Das ist insbesondere ganz cool. Wir können hier die Trage ausfahren. Das gefällt mir echt gut. Und sie steht auch auf, na, sie steht nicht ganz auf dem Boden, aber immerhin fast. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch einen Patienten einschalten können. Am RTW geht das? Ich glaube nicht. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. So, klar. Hier haben wir dann auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, die Türen zu öffnen. Und das war es, glaube ich, auch so großartig von den Funktionen her. Das finde ich, ehrlich gesagt, auch ein ziemlich cooles Feature, weil der andere Heli hat das jetzt nicht. So, wir machen die Türen mal wieder zu. Wollen natürlich einsteigen. Gehen jetzt hier in den Innenraum. Wo ist denn jetzt meine Maus? Kann ich es nicht von innen schließen? Ich kann es nicht von innen schließen. Gut, dann müssen wir von außen schließen und schnell hier einsteigen. Okay. Der Motor startet. Und wir müssen dann kurz warten. So. Ich muss gerade mal kurz gucken, was war denn das Blaue hier? Seht ihr das? Was fliegt denn da? Oder ist das jetzt hier nur auf der Scheibe so? Nee, tatsächlich ist das nur auf der Scheibe so. Okay. Dachte schon. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Steuern könnt ihr den ganz einfach. Ihr drückt die linke Maustaste zum Steigen, die rechte Maustaste zum Fallen. Und wenn ihr jetzt in der Luft stehen bleiben wollt, drückt ihr einfach nichts. Das ist das Ganze aus. Vorwärts könnt ihr fliegen mit W, rückwärts mit S. Drehen könnt ihr dann mit A und W oder halt mit D und W zusammengedrückt. Und dann halt in Kombination mit den Maustasten könnt ihr damit halt so ganz normal rumfliegen. Genau. So sieht das aktuell aus. Ich kann jetzt leider nicht in Richtung Krankenhaus fliegen. Weil, äh, ja, da steht schon ein weiteres Objekt in der Nähe weiter. Wobei, wir können das doch machen. Aber ich muss aufpassen, damit ich hier nicht zu viel verrate. Weil dazu gibt es noch ein extra Video, weil das passt in dieses Video nicht mehr rein. Aber, ähm, ja. Zumindest kann ich zum Krankenhaus dann nochmal was sagen. By the way, es wird jetzt auch in Kürze wieder eine neue Feuerwehr-Einsatzwoche geben. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Schreibt mir gerne eure Wünsche in die Kommentare. Und, ähm, ihr kennt das Spielchen, ne? Wenn ihr da irgendeinen Wunsch seht, der euch gefällt, gebt dem Wunsch dann einen Daumen nach oben. Ähm, bitte denkt dran, es ist ein Landwirtschaftssimulator. Wir können jetzt hier keine krassen Explosionen darstellen oder so. Das ist einfach sehr, sehr schwierig umzusetzen. Und auch, äh, zum Teil echt unmöglich. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst. So, ähm, mal kurz dazu, was hier geplant ist. Hatte ich ja schon gesagt, wegen Krankenhaus. Also, viele haben ja geschrieben, dass sie auch hier einen, ähm, Hubschrauberlandenplatz haben möchten. Ich denke, das lässt sich auch umsetzen, ne? Da dachte ich jetzt, eventuell entweder an diese Seite. Oder eine weitere Möglichkeit wäre, dass wir fliegen mal kurz rückwärts dahin. Weil, wie gesagt, ich darf da hinten nichts zeigen. So, ihr könnt ja mal raten, was da ist. Okay. Oder eine Möglichkeit wäre, hier vorne einen Helikopterlandeplatz zu machen. Ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Dass man dann sagt, hey, komm, wir landen hier mal. Wir gehen jetzt hier hin. Hier durch die Notaufnahme und bringen den Patienten direkt hier in die Notaufnahme rein. Hier kommt ja auch nochmal so eine kleine, ähm, Glasschiebetür rein. Das habe ich mir so überlegt, ne? Für die Notaufnahme. Ich denke, das sollte auch eine coole Sache sein. Das ist dieselbe Tür wie jetzt hier. Und, ähm, so sieht das Ganze dann aus. Genau. Ja, wir hatten ja ursprünglich, wie im letzten Video gesagt, ähm, hier so den Schockraum unter anderem geplant. Klar, die Türen sind normalerweise breiter mit auch so einer Schiebetür, das, ähm, ja klar, aber, ähm, da es ja hauptsächlich nur ein Dekoobjekt ist und jetzt hier kein realistischer Schockraum genutzt werden kann, haben wir uns halt dafür entschieden, das dann einfach so zu belassen. Gut. Wir gehen jetzt wieder in unseren Hubschrauber und fliegen einmal zurück zum Flughafen, beziehungsweise dem Flugplatz. Ähm, es gibt natürlich noch den Helikopterlandeplatz an der Feuerwache und, äh, wenn ihr jetzt auf Position 1 drückt, genau, das hatte ich vergessen, könnt ihr hier auch die Blitzleuchten aktivieren und mit Taste F noch einen Scheinwerfer machen. So sieht das Ganze dann aus. Und so kann man dann hier losfliegen und jeden Punkt von Mittelberg, ach, Mittelberg, sag ich schon, und jeden Punkt von Königsberg hier auch erreichen. Ich finde den Schatten auch ziemlich cool, also, das gefällt mir. Not bad. Also wie gesagt, all in all, ein ziemlich cooler Mod. Allerdings so zwei, drei Kleinigkeiten sollte man noch ein bisschen anpassen, wie die Farbe halt, den Lua-Fehler. Und, dass man eventuell hier im Innenraum auch die Türen öffnen kann. Irgendwie nicht so funktioniert, oder? Funktioniert das jetzt? Naja, bei mir funktioniert das irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber so sieht das auf jeden Fall aus. Genau. Ja, Freunde, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Ansehen dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne eine Bewertung nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Denkt dran, das 200k-Abo-Special ist fertig und wartet eigentlich nur noch drauf, dass die 200.000 Abos erreicht werden. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Denkt dran, auch an die Wünsche für die nächste Feuerwehr-Einsatzwoche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und bleibt gesund. Euer Benni. Ja, danke. bit.